Leute, heute sind wir inkognito. Wir dürfen gar nicht zeigen, wo wir sind. Wir sind. Nein, zeig's. Nein, zeig's. Nein, nein, nein. Wir sind heute beim Auftritt bei der Sparda-Bank im UFC in der VIP-Lounge. Und alle unsere Offenbacher-Fans, wir haben nichts gegen Offenbach, aber wir sind leidenschaftliche Eintracht-Fans. Und ja, man liebt ja immer. Nein, stimmt nicht. Wir lieben euch trotzdem. Wir sind hier im Stadion, hat Spaß gemacht. Ich meine, alles Frankfurter Fans. War ein toller Auftritt. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen bestimmt wieder mit einem Video euer Helmet Reichen. Zeig mir die Jungs. Gut, wir räumen gerade auf. Wir machen die Show. Wir machen die Schuhe. Nicht die Schuhe, die Show. Festbe Anch shebrauch-Seinf Titans. Wir machen die Schuhe. Es gibt die Schuhe. Wir machen die Schuhe. Wir machen so gut. Wir machen die Schuhe.